Was sind nun die Unterschiede eines Gaskraftwerks im Vergleich zu einem Dampfkraftwerk? Zunächst wird in einem Gasturbinenkraftwerk kein Dampf erzeugt zum Antrieb für die Turbinen. Im Gaskraftwerk wird Gas mit Frischluft vermischt, verbrannt. Die heißen Abgase treiben die Turbinenschaufeln an, führen zu einer Rotation und treiben damit einen Generator an zur Stromproduktion. Ein Vorteil von Gasturbinenkraftwerken ist, dass diese innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten ihre volle Leistungsfähigkeit erbringen können. Daher eignen sich Gasturbinenkraftwerke als Minutenreserve zur Netzstabilisierung. Dampfkraftwerke sind deutlich träger, die brauchen wesentlich länger, um ihre Leistungsfähigkeit signifikant zu erhöhen, sodass diese sich nicht in der Regel für die Minutenreserve eignen können. Darum genau sind Gasturbinenkraftwerke wesentlich einfacher aufgebaut. Als Komponenten wird eine Turbine benötigt, eine Kompressoreinheit und einige Hilfseinrichtungen. Und schließlich ist die Abgasbehandlung auch deutlich einfacher als in einem Dampfkraftwerk auf Kohlebasis, dadurch, dass die Abgase nach dem Verbrennungsprozess aufwendig gefiltert und gereinigt werden müssen. Das ist bei Gaskraftwerken in der Komplexität nicht notwendig. Zentrales Element des Gaskraftwerks ist die Gasturbine. Wie sieht eine solche Gasturbine aus? Wir haben im vorderen Teil einen Bereich, der zur Kompression der angesaugten kalten Luft führt. Im hinteren Teil erfolgt dann in der Brennkammer die Verbrennung des Luft-Gas-Gemisches, der Antrieb der Turbine zur Stromerzeugung und dann der Auslass für die Abgase. Hier nun ein Schnitt. Wir haben hier die zentrale Welle der Turbine. Auf dieser Welle haben wir im vorderen Teil Leit- und Laufschaufeln. Das heißt, dass hier vorne sind sogenannte Laufschaufeln, was also gemacht wird im vorderen Teil der Turbine, dass das Gas angesaugt wird, dass die Luft angesaugt wird, nicht das Gas. Das heißt, dass die kalte Luft aus der Umgebung entnommen wird. Hier haben wir die kalte Luft. Die wird in einem vorderen Teil komprimiert. Das heißt, hier dieser Teil, das ist der kühle Teil oder kalte Teil. Vor dem Verbrennungsprozess, was nun passiert ist, dass jetzt hier mit diesen Leitschaufeln und mit den Laufschaufeln die Luft vorkomprimiert wird, um Energie bereits in die Luft zu bringen. Im Anschluss erfolgt die Brennkammer. Hier wird dann das Gas, das Erdgas, beigemischt in einem Prozess. Das heißt, hier gibt es dann einen Zustrom von Erdgas. Im Brennkammerteil das Gas wird mit der komprimierten Luft vermischt, wird entzündet. Hier haben wir dann den Bereich der Brennkammer und entsprechend auch noch mal, dass dann hier das Erdgas zugeleitet wird. Es entsteht ein Gemisch des Erdgases mit der Luft. Das wird verbrannt. Es werden sehr schnell sehr hohe Temperaturen erreicht. Und dann haben wir im hinteren Teil den Turbinenteil, erneut mit dem Prinzip, dass wir dort wieder Lauf- und Leitschaufeln haben. Und die komprimierte Luft wird dann in den Bereich mit den hohen Temperaturen geführt. Das hier ist dann der Turbinenteil. Und in diesem Turbinenteil wird die Luft nun mit diesen Leit- und Laufschaufeln treibt die Turbine an. Die Turbine wird in Rotation versetzt. Diese Rotation führt dazu, dass es im vorderen Teil ebenfalls zu einer Rotation führt, weil der Kompressionsteil über die Welle verbunden ist mit dem Turbinenteil. Dadurch erfolgt der Antrieb. Und im hinteren Teil haben wir dann die heißen Abgase, die an die Umgebung abgegeben werden. Das ist das Grundprinzip einer Gasturbine in einem Kraftwerk, die durch das Ansaugen der kalten Luft, die Zuführung von Erdgas oder theoretisch geht das auch mit flüssigen Treibstoffen, aber in dem Fall hier mit Erdgas, vermischt wird, entzündet wird und dann das heiße Abgas, die Turbinen antreibt, zu einer Rotation führt und darüber dann einen Generator antreibt, der Strom erzeugt. Das Prinzip des Gasturbinenkraftwerks ist hier in einem Blockschaltbild dargestellt. Wir haben die Frischluft, die angesaugt wird, über einen Kompressor vorkomprimiert wird. Dies ist ein Isentropa-Prozess, also ein sehr schneller Prozess, bei dem kein Austausch von Wärme mit der Umgebung erfolgt. Im nächsten Schritt wird diese komprimierte Luft bei etwa 20 Bar mit dem Brennstoff, mit dem Erdgas vermischt und dann in der Brennkammer entzündet. Da handelt es sich um eine Isobare-Zustandsänderung. Das heißt, bei konstantem Druck wird nun erfolgt der Verbrennungsprozess. Das Abgas-Luft-Gemisch hat nach Austritt aus der Brennkammer eine Temperatur von ungefähr 1200 Grad, läuft dann durch die Turbine. Dieser Prozess ist erneut Isentrop. Das heißt also, die Abgabe der im Abgas-Luft-Gemisch enthaltenen Energie erfolgt sehr schnell, ohne Wärmeaustausch mit der Umgebung. Die Turbine wird angetrieben und treibt den Generator an und das Abgas tritt dann bei ungefähr 600 Grad Celsius aus. Schließlich lässt sich der Kreisprozess noch schließen, da das Kass bei einem Bar Druck an die Umgebung abgegeben wird und die Frischluft bei einem Bar angesogen wird. Das heißt, dieser Abkühlungsprozess, den man sich denken kann zur Schließung des Kreisprozesses, wäre eine Isobare-Zustandsänderung. Das ist natürlich nur ein gedanklicher Schluss des Kreisprozesses, da die Abluft, das Abgas natürlich nicht wieder in den Gasturbinenprozess zugeführt wird. Es findet keine Kühlung statt. Dies ist anders als bei einem Dampfkraftwerk, bei dem der Heißdampf nach Austritt aus dem Turbinteil gekühlt werden muss im Kondensationsprozess, um dann das kalte Wasser in den Kreislauf wieder zuzuführen. Das Gasturbinenkraftwerk ist kein geschlossener Kreislauf, dennoch zur thermodynamischen Betrachtung, kann man diesen letzten Schritt die isobare Abkühlung der Abluft vornehmen, um einen geschlossenen Kreisprozess betrachten zu können. Der zugerültige thermodynamische Kreisprozess ist hier einmal dargestellt. Es handelt sich dabei um den sogenannten Joule-Prozess. Wir haben im oberen Teil unser Blockschaltbild mit der Kompression der Brennkammer, dem Turbinen-Generator-Teil und dann dem Abgas. Es handelt sich zunächst um eine isentrope Kompression der Frischluftzuführ. Das führt dann im PV-Diagramm zu einem Anstieg des Drucks bis auf ungefähr 20 Bar. Das heißt, wir starten hier unten bei einem Bar Luftdruck. Die Frischluft wird angesaugt. Man erhält nach der Kompression die Luft enthält die Luft ungefähr 20 Bar oder hat einen Druck von 20 Bar. Dann erfolgt die Verbrennung in der Brennkammer. Das Vermischen mit dem Erdgas. Ein Isobarer Prozess von 2 nach 3. Im Anschluss erfolgt der Durchlauf durch die Turbine. Ein Isentroper Prozess, da dieser Prozess sehr schnell abläuft. Wir haben keinen Austausch mit der Umgebung. Dann wird das heiße Abgas an die Umgebung abgegeben. Zur gedanklichen Schließung dieses Prozesses kann man von einer Isobaren Zustandsänderung ausgehen, da bei einem Bar Druck dieses Abgas abgegeben wird und Frischluft wieder angesaugt wird, sodass es zu einem Schluss des Kreisprozesses kommt. Auf der rechten Seite erkennt man, dass mit der Isentropen Kompression, der isobaren Zustandsänderung Verbrennungsprozess, der Isentropen Abgabe von Energie an die Turbine und dann der gedankliche Schluss des Joule-Prozesses durch die isobare Zustandsänderung. Diese Fläche analog zum Kanotkreisprozess ist die Energie oder die Arbeit, die das System leisten kann. Das heißt, das Ziel eines Gasturbinen Kraftwerks, Ziel des Joule-Prozesses ist es natürlich nun, diese Fläche ebenfalls zu maximieren, um aus der zugeführten Energie, das heißt, hier erfolgt ja eine Zuführung von Wärme, eine maximale Arbeit zu gewinnen. Es ergibt sich aus dem TS-Diagramm direkt als Fläche unter der Kurve die abgegebene Wärmemenge, das ist Q-Up. Das lässt sich im TS-Diagramm direkt ablesen, im PV-Diagramm ist dies nicht möglich. Man erkennt nur hier, hier Wärme abgegeben wird, gedanklich, dadurch, dass das Heißabgas bei 600 Grad abgekühlt werden müsste auf die Temperatur der zugeführten Frischluft bei 15 oder 20 Grad und einem Bar Druck. Was bedeutet dies nun für das Gasturbinenkraftwerk zu berücksichtigen ist, dass während des Verbrennungsprozesses sehr hohe Temperaturen von 900 bis 1250 Grad Celsius entstehen bei einem Druck von 15 bis etwa 20 Bar. Das heißt, die eingesetzten Materialien im Turbinenteil müssen diesen Prozessbedingungen natürlich standhalten können. Insbesondere hohen Temperaturen müssen aus entsprechenden Materialien hergestellt worden sein. Die Rotationsenergie der Turbine treibt zum einen natürlich den Generator an, um den Strom zu erzeugen und treibt auch die Kompressionseinheit an. Das heißt also, dass der Kompressor die angesaugte frische Luft auf 15 bis 20 Bar komprimiert verdichtet. Dieser Prozess verbraucht natürlich Energie und diese Energie wird dem Gesamtprozess entnommen und nicht von außen zugeführt. Das heißt also, dass dieser Kompressionsprozess möglichst effizient erfolgen soll. Vorteil von gastroben Kraftwerken ist, dass keine Kühleinrichtungen notwendig sind, da das Abgas bei etwa 600 Grad Celsius an die Umgebung abgegeben werden kann. Es ist keine Kondensationseinheit wie bei Dampfkraftwerken notwendig und auch eine aufwendige Abgasreinigung ist nicht notwendig. Auch das ist anders. Bei Kohlekraftwerken müssen die Abgase aus dem Kohleverbrennungsprozess aufwendig gefiltert werden, gereinigt werden, da dort Schadstoffe enthalten sind. Das ist bei einem Gastrobenenkraftwerk auf Erdgasbasis nicht notwendig, da der Verbrennungsprozess quasi schadstofffrei erfolgt. Wenn man nun Gastrobenenkraftwerke mit Dampfkraftwerken vergleicht, was ergeben sich daraus für Vor- und Nachteile? Der Wirkungsgrad von Gastrobenenkraftwerken ohne Vorwärmung, das heißt also, dass die Frischluft nicht vorerwärmt wird, sondern lediglich komprimiert in die Brennkammer gegeben wird, führt dazu, dass der Wirkungsgrad lediglich 20 bis vielleicht 30 Prozent beträgt und damit kleiner als bei konventionellen Dampfkraftwerken liegt, der Dampfkraftwerke einen Wirkungsgrad im Bereich von 40 Prozent erreichen, wird die angesaugte Luft nach der Kompression oder im Kompressionsprozess auch vorerwärmt, indem man zum Beispiel die Luft über einen Wärmetauscher an der Abgaseinheit vorbeiführt und dadurch vorerwärmt, ergeben sich höhere Verbrennungstemperaturen und ein höherer Wirkungsgrad von ungefähr 40 Prozent. Das macht es natürlich wesentlich aufwendiger, diesen Wärmetauscher zu integrieren. Technisch ist das natürlich möglich, aber es führt zu einer Verteuerung des Gesamtkraftwerks. Durch den geringeren Wirkungsgrad ist der Einsatz von Gasturbinen Kraftwerken im Grundlastbereich nicht sinnvoll. Dort sind konditionelle Dampfkraftwerke von Vorteil, da der hohe Wirkungsgrad im Bereich von 40 Prozent dazu führt, dass eine Grundlastfähigkeit vorliegt. Dies lässt sich allein aus wirtschaftlichen Gründen erklären. Vorteil von Gasturbinen Kraftwerken im Vergleich zu Dampfkraftwerken sind, dass sich diese Gasturbinen Kraftwerke schneller errichten lassen. Sie sind technisch nicht so komplex, da insbesondere der Teil der Abgasreinigung wegfällt. Bei gleicher Nennleistung mit entsprechenden technischen Komponenten mit der Vorwärmung lässt sich ein wirtschaftlicher Betrieb darstellen. Das hängt sehr stark von den Bedingungen ab, auch hinsichtlich der Rohstoffkosten, der Strompreise etc. Aber dennoch ist es möglich, dass Gasturbinen Kraftwerke bei vergleichbarer Nennleistung mit Dampfkraftwerken wirtschaftlich betrieben werden können. Dennoch ist es bei Gaskraftwerken nicht üblich, im Gigawatt-Bereich betrieben zu werden, wie es bei Kernkraftwerken zum Beispiel möglich ist, die Nennleistung im Gigawatt-Bereich haben. Das ist bei Gasturbinen Kraftwerken unüblich und daher sinkt die Wirtschaftlichkeit. Ein weiterer Vorteil bei Gasturbinen Kraftwerken ist die Erfüllung sehr strenger Ungewähltauflagen. Das ist ein großer Vorteil, da das Abgas nicht aufwendig gereinigt werden kann. Und schließlich dienen Gasturbinen Kraftwerke in modernen Stromnetzen zur Minutenreserve eingesetzt, da sie sehr schnell ihre Leistung verändern können, dass sie sehr schnell Strom ins Netz einspeisen können, innerhalb von wenigen Minuten, sodass sie sich als Minutenreserve anbieten, Spitzenlasten im Stromverbrauch abdecken können und damit sehr flexibel im Stromnetz eingesetzt werden können, mit dem daraus resultierenden Nachteil, dass sie in diesem Fall auf wenige Vorlaststunden kommen, im Vergleich zu Dampfkraftwerken, und dies natürlich sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit von gas-turbinen Kraftwerken auswirkt.